Ja, ich hatte heute ein super schönes, spannendes Interview mit Annika. Wir haben gesprochen über ihre Initiative, wo sie dabei ist, die Mindful Researchers, über was es bedeutet, was die Gruppe macht und auch im Großen und Ganzen, wie man die Forschenden wieder mehr auch als Menschen, als Personen sehen kann und sollte und auch einfach akzeptieren sollte, dass es Menschen sind mit halt Gefühlen, mit einer Geschichte, einfach komplexe Wesen, die nicht nur funktionieren und Sachen abarbeiten, sondern einfach ein bisschen mehr sind als das. Und genau, wir haben auch über Playful Academics gesprochen. Das ist ein Paper, das die Annika mit ein paar Leuten zusammengeschrieben hat. Da geht es auch darum, oder es ist auch eine Idee, in der es darum geht, dass man weiß ja eigentlich, dass so spielerisches Arbeiten prinzipiell gut funktioniert und Kreativität mit sich bringt und auch manchmal ungeahnte Lösungswege aufzeigt. Und man weiß aus der Forschung, dass es funktioniert, aber in der Forschung, also wird es nicht praktiziert. Also man arbeitet sozusagen in dem Sinne nicht evidenzbasiert, weil man die Evidenz, die da ist, irgendwie nicht nutzt und in die Praxis umsetzt. Genau, das war ein super interessantes Gespräch. Auch nochmal was ganz anderes, ein ganz anderer Blickwinkel auf die Welt der Forschung. Und ja, ich freue mich, wenn ich euch die Episode dann publizieren darf und ja, vielen Dank nochmal an Annika. Und ja, jetzt ist es auch mein letzter Abend in Hamburg und morgen geht es dann für mich weiter Richtung Norden, noch weiter in den Norden, weil da habe ich Familie, die ich jetzt übers Wochenende besuche und da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Genau, ich melde mich dann nächste Woche wieder bei euch wahrscheinlich. Bis dann, ciao, ciao!